es heute kommt zu einem neuen fantastischen video ja ich würde sagen wir starten durch wir sind jetzt hier in einer 360 grad Ansicht und ich habe mir vorgenommen ich mache euch mal ein Video und zwar ich habe jetzt hier ein altes Video von mir rausgesucht und das gucken wir jetzt in 360 grad an und los geht perfekt ok hat er ist wie komisch an politik löscht mit dem ortiger auch ja heute bis jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen mein gehören kommt nicht drauf hier ist zu komisch aus dem aus Ortega die er ist er wird wenn die Mitte ich bin sind die er denkt sich auch nur so what the fuck Digger was machst du eigentlich hier und ja denkt sich Digger knall der überhaupt für den Bruder komm ja ach du heilig fest auf mich nicht hin jetzt wir müssen hier dringend weg nehmen oh 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 ja jetzt bin ich tot nö so ah der umgequencht davon ist der Knecht Aspekte ja ich weiß nicht wie er da gerade aufgeschossen hat ich sehe da ich sehe da dann ich sehe da ich sehe da